Das Fixi-Fohn Tom Thomas! Hä? Rate mal, was wir mitgebracht haben. Ratet ihr, was ich hab? Eine Banane, ein Auto, nein Quatsch, äh, Schokolade, äh, ein paar Socken? Ha! Gebt ihr auf? Mein Papa hat sich ein neues Handy gekauft und hat mir sein altes gegeben. Er meinte, ich kann es behalten. Oh, wow! Und was habt ihr da? Hier! Ah, ihr habt auch ein Handy. Das ist noch viel besser. Das ist nämlich ein Fixi-Fohn. Papus hat sich ein neues Fixi-Fohn gekauft und sein altes hat es Simka gegeben. Und könnt ihr damit telefonieren? Äh, rate mal. Komm, ich zeig es ihm. Hallo, Papus. Hi, Nolik. Warum rufst du an? Äh, ich wollte nur Hallo sagen. Nolik, ruf mich nicht grundlos an, wenn ich arbeite. Alles klar. Siehst du? Na und? Ich kann mit meinem Handy auch anrufen. Menschen anrufen, meinst du? Aber Fixis erreichst du nicht. Ein Fixi-Fohn ist ein Smartphone für Fixis. Fixis können sich nicht nur gegenseitig damit anrufen, sie kommen damit auch in ihr eigenes, spezielles Fixi-Internet. In einem Fixi-Fohn hat man eine Kamera, Taschenlampe, Nachrichten, Spiele, Filme und Fixi-Lieder. Die Lieblingslieder der Fixis. Fixi-Kinder lieben sie. Und die Eltern ebenso. Denn Fixi-Fone informieren die Eltern darüber, wo die Kinder sind und ob sie vielleicht gerade in Schwierigkeiten stecken. Über die Jahre haben Menschen ihre Telefone weiterentwickelt. Nach Handys kamen die Smartphones. Sie nutzen sie, um sich gegenseitig anzurufen und sie gehen damit ins Internet. Ein Smartphone kann fast so viel wie ein Computer, aber trotzdem sind sie noch weit davon entfernt, so gut wie Fixi-Fone zu sein. Ja, das ist wirklich cool, Leute. Aber dieses Smartphone kann das auch. Aber kann dein Smartphone das? Schau mal hierher. Meinst du hier? Das ist doch nur eine Maus. Und nun? Schau hier. Wow. Aber er ist nicht... Er ist gar nicht da. Schau, er ist da. Und das ist noch nicht alles. Sie. Mit Hilfe einer Maus kann man den Computer steuern. Und wenn wir sie bewegen... Verstehst du? Niemand außer dir kann den Fixi sehen. Und er kann dir helfen. Super. Es wäre cool, wenn ich mein eigenes Fixi-Fone hätte. Wovon redest du? Du bist doch kein Fixi. Ach, wie schade. Ich gehe jetzt in die Schule, Leute. Oh, er ist wirklich traurig. Er hat sogar sein Handy vergessen. Ich habe eine Idee. Klingelton, Vibration, fast wie ein Computer. Man kann sogar Spiele spielen, das Telefon ist super. Klingeling den ganzen Tag, Klingeling den ganzen Tag. Klingeling den ganzen Tag, das Telefon ist super. Brauche keinen Bruder mehr, kann alleine spielen. Es kann mir die Zeit dann sagen und fotografieren. Klingeling den ganzen Tag, Klingeling den ganzen Tag, Klingeling den ganzen Tag. Klingeling den ganzen Tag und fotografieren. Hast du Post, schick nen Text, doch in jedem Falle steckt das Ladekabel rein. Mein Akku ist gleich alle. Klingeling den ganzen Tag, Klingeling den ganzen Tag, Klingeling den ganzen Tag. Mein Akku ist gleich alle. Klingeling den ganzen Tag, Klingeling den ganzen Tag. Klingeling den ganzen Tag, mein Akku ist gleich alle. Das schafft! Tisch! Oh, das ist ja... Überraschung! Wow, das ist toll! Jetzt habe ich mein eigenes Fixi-Phone. Genau wie eures. Naja, fast das gleiche. Tom Thomas! Tom Thomas, ich muss mich selbst mit deinem Handy anrufen. Ich suche mein Handy. Oh, wow! Du hast ja alles hier geändert. Wo bin ich? Ich nehme an, ich bin Papus. Du hast mir aber einen lustigen Namen ausgesucht. Nolik, hör auf! Ich habe keine Zeit für diesen Blödsinn. Was? Wer ist da? Das ist nicht Nolik. Wer ist da? Weißt du, wer das gerade war? Weiß irgendjemand hier, wem dieses Handy gehört? Ah, da ist es ja. Ich komme. Das mit den Nummern klären wir später. Ach, wir bekommen richtig Ärger von Papus. Gib mir dein Handy, Tom Thomas, und ich lösche alle Nummern der Fixis darauf. Aber wie soll ich euch anrufen? Wozu uns anrufen? Wir sind doch immer in der Nähe. Schach. Wie wär's damit? Ah, dann setz ich den Bauern. Und ich setze meinen Bauern. Grußfix, unsere Spule ist verschwunden. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Professor, haben Sie sie gesehen? Die Spule? Keine Ahnung. Wir spielen Schach, seht ihr das nicht? Mögt ihr Brettspiele? Zum Beispiel Domino. Jeder hat das schon mal gespielt. Aber wisst ihr, woher es kommt? Domino wurde von den alten Chinesen erfunden. Sie machten Würfel platt und dekorierten sie mit Bildern. Und dieses Spiel sieht auf den ersten Blick aus wie Dame. Aber es ist viel cleverer. Es heißt Bad Gammon. Es kommt ursprünglich aus Persien und wanderte von da durch die ganze Welt. Aber das herausforderndste Spiel von allen ist das Schachspiel. Es wurde ursprünglich in Indien erfunden, aber heute ist Schach überall beliebt. Es wird von Erwachsenen gespielt, von Kindern und sogar von Computern. Es ist eine richtige Sportart. Aber das Wichtigste beim Schachspielen ist nicht die Kraft in den Armen, sondern die Kraft des Kopfes. Da ist sie ja. Hey, was macht ihr da? Ah, da ist unsere Spule. Bitte gebt sie uns zurück. Wir brauchen sie wirklich dringend. Aber wir brauchen sie. Wartet doch. Wir nutzen sie als Ersatz für unseren Bauern. Ah, oh. Ich habe eine Idee. Nomi kann doch für den Bauern einspringen. Yeah. Äh. Das schaffe ich. Na gut. Nehmt sie euch. Und du stellst dich hierher. Eins, zwei, drei und los. Cool. Und was soll ich tun? Du spielst weiß. Und ich schnappe mir jetzt euren Springer. Und wir, wir hauen jetzt deinen weg. Hey, 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 junger Mann. Mach mal langsam. Der stand hier. Oh. Ah. Nolik, zurück auf deinen Platz. Wozu? Bauern können sich nicht so bewegen. Wie bewegen sie sich? Tja, immer nur ein Feld und nur geradeaus. Der Bauer ist eigentlich die schwächste Spielfigur. Ich bin erledigt. Und wer ist die stärkste, hä? Die, die Königin. Sie ist der größte Feind des anderen Königs. Ach, ich wäre so gerne eine Königin. Ich hätte es dem schwarzen König gezeigt. Oh, ja. Beim Schach hat jeder Spieler eine Armee. Acht Bauern, zwei Springer, zwei Läufer, zwei Türme und eine Königin. Sie arbeiten alle zusammen für ihren König. Sie versuchen ihn zu schützen, wenn die Feinde ihn angreifen. Wenn der König angegriffen wird und er im nächsten Zug geschlagen werden kann, sagt der Anführer Schach. Ach, und wenn der König anschließend nirgendwohin ausweichen kann, sagt man Schachmatt. Derjenige, der als erstes Schachmatt sagen kann, hat gewonnen. Hm. Ich setze meine Königin. Ja. Und ich setze meine Königin. Na, dann erobern wir ihre Königin. Aha. Wirklich? Dann schmeiß ich eure raus. Großfix, darf ich jetzt? Noch nicht. Ha, geben sie auf, Kollege. Ha, das ist ein Witz, oder? Nolik, vorwärts. Wow. Dann weiche ich aus. Vorwärts. Aha, jetzt schnapp ich mir den Springer. Daraus wird nichts. Okay, Bauer, noch einmal. Vorwärts. Groß, Großfix, wo soll ich jetzt hingehen? Ich stehe am Rand. Nirgendwohin. Jetzt bist du die Königin. Was? So lautet die Regel. Wenn ein Bauer bis ans Ende des Spielfeldes kommt, kann er zu jeder Figur werden, die zuvor rausgeflogen war. Hurra. Bin die Königin. Jetzt bin ich die stärkste Figur im Spiel. Hey, Königin. Komm zurück her. Das Spiel ist aber noch nicht aus. Wir fangen den Bauer mit der Königin. Königin, stell du dich jetzt dort hin. Schach. Schach. Hm, ja. Und jetzt hierhin. Schach-Matt-Kollege. Ja, klar. Es ist Matt. Ja, ich habe verloren. Hurra. Tidisch, Tidisch, Tidisch. Professor, bitte, hier ist ihr fehlender Bauer. Sie können Olig jetzt gehen lassen. Ich gehe jetzt bestimmt nirgendwo mehr hin. Schach ist mein neues Lieblingsspiel. Ich habe gerade Professor Eugenius Schachmatt gesetzt. Wirklich? Naja, Großwächs hat mir etwas geholfen. Eigentlich hat Großwächs mir gesagt, wann ich gehen soll. Aber jetzt bin ich Königin. Knoten. Nolik, Piraten auf der Steuerbordseite. Kanone, Feuer! Hey, warum auf mich? Ich bin kein Pirat. Es reicht. Ich will nicht mehr den Wind spielen. Wo sind meine Piraten? Sieht toll aus. Kann ich an Bord kommen? Und was hast du so drauf? Alles, das Schiff verteidigen und Hurra rufen beim Sieg. Und was ist mit Seemannsknoten? Kannst du sie knoten? Ha, natürlich kann ich das. Dann binde unseren Schatz fest und knote ganz fest. Piraten, verankert das Schiff. Sekunde. Nein! Ah! Ah! Geschafft, passt schon. Ah! Hat fest geknoten. Aber überlebt ihr einen Sturm? Ohne Zweifel. Ah! Unser Schatz! Er ist im Meer gesunken. Das war, das war die Kette meiner Mama. Ich heb's auf, keine Sorge. Nein, danke. Das schaffen wir alleine. Und sowas nennt sich tatsächlich Seemann. Lerne es mal Knoten machen. Zwei Seile zusammenknoten. Meint ihr, das wäre leicht? Ein schlecht geknoterter Knoten wird sofort wieder aufgehen. So macht man es richtig. Zuerst überkreuzt man die beiden Enden. Und zwar so. Um ihn fertig zu binden, überkreuzt man sie erneut. Aber nicht so rum, sondern in die andere Richtung. Am Ende sieht das aus wie eine Schlinge in einer anderen. Dieser Knoten nennt sich Doppelknoten. Und er wird nicht aufgehen, wenn ihr ihn richtig knotet. Und das ist nur einer von vielen Knoten, die ein Seemann lernen muss. Oh. Okay. Ich wusste, ich kann knoten. Was kann ich hier sonst noch verknoten? Hier sind noch mehr Teile des Schatzes. Hier ist noch eins. Das sind 19, aber es müssten 20 sein. Das weiß ich, weil ich die Perlen gezählt habe. Wo kann die letzte Perle sein? Wunderbar. Also was kann ich noch verknoten? Perfekt. Ich weiß sogar noch, wie sie aussieht. Sie hat eine andere Farbe. Sie ist hellrot. Oh. Mama wird sofort merken, dass die rote weg ist. Ich muss sie finden. Ja, ich glaube, sie ist auf dem Boden. Wer hat meine Senkel verknotet? Ich wollte nur üben. Entschuldigung. Was hast du denn noch verknotet, um zu üben? Ähm, willst du das echt wissen? Du bist witzig. Lass sie uns entknoten. Ich konnte nicht, oder? Ja, ich geh. Ich konnte nicht. Ich konnte nicht. Kauböcke, sieh mich nicht so an. Ich kriege Angst. Sie starrt nur ihre Schnurrhaare an, Nulik. Was hast du mit dem Schnurrhaar gemacht? Es verknotet. Mit einem Kreuzknoten. Feuer, du bist ein Hohlkopf. Sag uns besser, was du noch gemacht hast. Nun, okay. Ich habe ihren Schwanz verziert. Da ist die Perle, ja. Wir haben sie überall gesucht. Feuer? Los, bring das wieder in Ordnung. Kauböcke, renn doch nicht weg. Keine Angst, wir wollen nur den Knoten aufmachen. Seeleute haben alle möglichen Knoten entwickelt. Ohne sie könnten sie die Segel nicht kontrollieren. Aber auch an Land würden wir ohne Knoten nicht auskommen. Bergsteiger nutzen gut geknotete Seile, um sich abzusichern. Fischer knoten Haken an ihrer Angelschnur und nutzen besondere Knoten. Ohne Knoten kann man nicht einmal ein Zelt aufschlagen. Wenn Menschen nähen, machen sie einen Knoten in den Faden, damit alles sitzt. Und Ärzte machen Knoten, wenn sie eine Wunde nähen und verbinden. Und für eine Krawatte braucht man einen besonderen Knoten. Turnschuhe halten am Fuß und die Schnürsenkel schleifen nicht auf dem Boden, wenn sie mit einem guten Knoten zugebunden sind. Aber manchmal verknotet sich etwas aus Versehen. In diesem Fall muss man nicht wissen, wie man etwas knotet, sondern wie man es entknotet. Alle an Bord! So ist's gut. Jetzt müsste nur noch jemand einen Knoten machen. Darf ich bitte? Bist du sicher, dass es hält? Machst du Witze? Warum fragst du nicht Kaubacke, ob ich mir einen Seemann knoten kann? Der Konstrukteur Ping! Ha! Hä? Was? Hallo, Tom Thomas. Was malst du da? Ich male nicht. Das nennt man zeichnen. Was heißt das? Sag mir, ist das ein Kreis? Sicher. Und das? Ist auch ein Kreis, nur etwas runder. Natürlich. Den habe ich nämlich gezeichnet. Mit einem Zirkel. Und jetzt habe ich eine Zielscheibe. Jetzt lade ich meine Dartpistole. Oh, wow! Warum schießt du damit auf mich? Es war die Pistole. Ich habe nicht mal abgedrückt. Was? Ist sie kaputt? Hm. Ich werde sie öffnen und nachsehen. Da! Dieses kleine Teil ist kaputt. Ich werde Pappus suchen. Er kann dir helfen. Er kann ein neues machen. Ein brandneues. Warte. Ich entwerfe eine Bauzeichnung. Wird Pappus in der Lage sein, die zu lesen? Machst du Witze? Pappus ist ein Experte in allem. Fertig. Wow, Tom Thomas. Du bist ein echter technischer Zeichner. Ein Konstrukteur, Nullik. So nennt man das. Versucht mal einen perfekten Kreis Freihand zu zeichnen. Daraus wird nichts, hm? Nun, mit Hilfe eines Zeichenzirkels wird euer Kreis perfekt. Man setzt die Nadel ins Zentrum und dreht den Zirkel. Und fertig. Ein Zirkel ist nur einer von vielen Werkzeugen fürs technische Zeichnen. Wenn ihr zum Beispiel eine gerade Linie zeichnen wollt, braucht ihr ein Lineal. Und wenn ihr einen Rahmen für euer Bild zeichnen wollt, könnt ihr ein Dreieck benutzen. Zieht eine Linie auf einer Seite und dann auf der anderen. Und um den Rahmen fertig zu zeichnen, dreht das Dreieck herum und zeichnet die anderen beiden Seiten. So bekommt ihr ein perfekt gerahmtes Bild. Es gibt auch Zeichengeräte, um gebogene Linien zu zeichnen. Sie heißen Kurvenlineal oder Schablone. Aber eigentlich nutzen die Leute heutzutage immer öfter Computer, um technische Zeichnungen zu machen. Papus! Hä? Ui! Ui! Was? Was ist passiert? Wir brauchen dringend deine Hilfe. Ein Teil in TomTom' Stardpistole ist gebrochen. Kannst du's nachbauen? Was für ein Teil genau? Schau, hier ist eine technische Zeichnung. Oh, ihr habt sogar eine technische Zeichnung. Sehr gut, mal sehen, wie's aussieht. Bitte sehr. Super, mal sehen. Hm, das wird nicht klappen. Siehst du, an der Seite passt es nicht. Ich muss noch eine technische Zeichnung machen. Papus! Hä? Äh, Nolik, du hast mich wieder erschreckt. Verzeih mir, aber da müsste ein Vorsprung sein. Hier, auf dieser Seite. Äh, äh, äh. Und du bist sicher, das ist alles? Bestimmt, Ehrenwort. Tom Tom, es ist fertig. Hör zu, während du weg warst, habe ich gemerkt, dass das Teil hier ein Loch hat. Genau hier. Papus! Oh, 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 oh. Mö, oh. Oh, oh, oh. nicht alles. Ist das Objekt komplex, muss es von mindestens drei Seiten gemalt werden. Vorderansicht, Seitenansicht und von oben. Seht ihr? Das Objekt wirkt anders von jeder Seite. Also wenn ihr euch Zeit sparen wollt, lernt genau zu zeichnen. Und zack. Es klappt. Ist schwarze. Und das dank der technischen Zeichnung. Ja, nach drei Versuchen tolle Konstrukteure seid ihr. Jetzt kann ich alle möglichen technischen Zeichnungen machen. Sogar eine von dir, wenn du magst. Äh, nein, danke. Hey, das kippt. Toll, du mir einen Gefallen und dreh dich. Was machst du da? Hör auf! Was machst du? Ich glaub, jetzt hab ich's. Es ist fertig. Und was ist das für ein Kreis? Das bist du von oben. Weißt du was, Simka? Genau so siehst du von hier oben aus. Nolik, bring das rüber zu Papus. Er kann daraus eine zweite Simka machen. Nein, danke, Tom Thomas. Für mich reicht eine Simka aus. Die Gebrauchsanleitung Funktioniert nicht. Versuch es vielleicht andersherum. Siehst du die Gebrauchsanleitung? Warum sollte ich? Anleitungen sind für Deppen. Ja, Anleitungen sind für Deppen. Na gut. Ah, was ist los? Ah, eine Batterie. Gebrauchsanleitungen zeigen uns, wie wir etwas richtig machen. Anweisungen für Möbel zeigen uns, wie man die Teile zusammenbaut. Mit der Anleitung eines Fernsehers können wir Bild und Ton so einstellen, wie wir wollen. Die Anleitung auf der Haferflockenpackung erklärt uns die Zubereitung. Die Packungsbeilage von Medikamenten sagt uns, wofür das Medikament da ist und wie man es richtig anwendet. Also lest immer die Anleitung, wenn ihr Dinge richtig machen und Probleme vermeiden wollt. Ich hab sie. Da ist sie. Hier, Tom Thomas. Wow. Wir haben dir einen neuen Stuhl besorgt. Aber er muss zusammengebaut werden und ich fürchte, das wird etwas schwierig für dich. Wird es nicht. Keine Sorge, Papa. Ich schaff das. Schaffst du es bis zum Mittag? Dann gibt es heute Abend Eiscreme. Eis am Stiel. Oder zwei. Bau erst den Stuhl zusammen. Tom Thomas, kann ich dir helfen, den Stuhl zusammenzubauen? Na klar. Hey, erst müsst ihr die Anleitung lesen. Ach, Simka, sei doch nicht so eine Langweilerin. Als ob ich noch nie einen Stuhl gesehen hätte. Oder als ob ich noch nie einen gesehen hab. Dann machen es noch einen Stuhl zusammen. Dann machen es alle Stuhl zusammen. Und das noch ein stre��. defined ist ein Kaarten oder Stuhl zusammen. skill interessieren. Hier kommt ein Nachwes Stuhlum. Vielleicht stumm. LFO und ich gehe 22 sehr 그랬나. O005 Na, Tomtommes, bist du fertig? Das Essen wartet. Na los. Oh, Papa, nein. Ich brauche noch zwei Minuten. Simka, hilf mir. Wie? Was steht genau in der Gebrauchsanleitung? Ha, ich dachte, du würdest das ohne dich schaffen. Ha, okay, ich helfe dir. Mal sehen. Nimm das Teil dort und dieses da drüben. Nollik, hol eine Schraube. Nein, die längere. Die ist da drüben. Die ersten Stühle und Bänke gab es schon im alten Ägypten. Der Thron des Pharao war besonders, denn er hatte eine Lehne. Man nimmt an, dass der Thron des Pharao eigentlich der erste Stuhl war. Lange Zeit war ein Stuhl ein Luxusgegenstand. Reiche Edelmänner brachten ihre eigenen Stühle mit zu festen. Je wichtiger der Mann, desto höher war seine Stuhllehne. Erst im 19. Jahrhundert wurden Stühle Teil eines normalen Haushaltes. Heute gibt es so viele verschiedene Stuhlarten. Holzstühle, Plastikstühle, Metallstühle, Barhocker, Rollstühle, Klappstühle, Babystühle, alle möglichen Arten von Stühlen. Nun, wie soll man auch am Tisch sitzen ohne Stühle? Ich glaube, wir schaffen es. Schraub es fest, schnell! Nolik, wir brauchen noch eine Schraube. Aber es gibt keine mehr. Doch, du musst sie finden. Ich hab schon überall gesucht. Tom Tommels, die Zeit ist um. Nolik, hilf mir doch. Wie? Nur eine Minute, das reicht. Werde zur Schraube. Wenn es nur eine Minute ist, mach ich es für dich. Ich bin fertig. Das warst du? Hm, gut gemacht, Sohn. Mama, ich habe die Wette gewonnen. Kannst du das glauben? Er hat den Stuhl zusammengebaut. Super gut. Na los, setz dich. Oh! Oh. Ah, jetzt sehe ich es. Da fehlt eine Schraube. Aber ich hatte sie reingeschraubt. Sie muss sich, äh, muss wohl... Was? Muss wohl was? Sie! Da ist sie. Ah! Ah! Jetzt steckt die Schraube wirklich fest. Und das versprochene Eis hast du jetzt verloren. Nun denn, Herr Stuhlbauer. Kommst du essen? Ja, in einer Sekunde. Wo ist dieser Nolik? Der ist weggerannt. So ein Verräter. Ist er nicht. Er hatte dir versprochen, für eine Minute zur Schraube zu werden. Und die Minute war vorbei. Und wo ist er jetzt? Da drüben. Er liest sich die Anleitung für die Uhr durch. Hey, Tom Thomas. Anscheinend haben wir die falsche Batterie genommen. Wir hätten so eine nehmen sollen. Siehst du, Tom Thomas? Wenn du kein Depp sein willst, lies die Anleitung gut durch. Der Fahrstuhl. Papus, Masia, beeilt euch! Warum? Tom Thomas will nämlich in den Zirkus. Äh, na und? Wir wollen mitkommen. Dürfen wir? Die Antwort ist nein. Zwei Kinder ohne eine Aufsicht? Wieso denn ohne Aufsicht? Was ist mit Tom Thomas Eltern? Wir passen auf, keine Sorge. Sie werden uns nicht bemerken. Hm. Na, wenn Tom Thomas Eltern dabei sind. Wir dürfen gehen. Wartet doch. Ich hab gar nicht Ja gesagt. Ach. Tja. Simka, Nolik. Wo seid ihr? Könnt ihr euch beeilen? Tom Thomas, wir müssen los. Ich bin gleich da. Da sind wir. Klettert in meine Kapuze. Ah, da freut sich jemand auf den Zirkus heute. Oh. Oh. Hä? Was ist denn passiert? Ich glaube, der Fahrstuhl steckt fest. Keine Sorge. Hm. Hier ist der Notruf. Ähm, wir sind im Lift stecken geblieben. Ja, verstanden. Bitte warten. Wir kümmern uns darum. In einer Stunde. So lange? Das heißt, wir kommen nicht rechtzeitig zum Zirkus. Tom Thomas, wir holen Papus und Marcia. Sie werden ihn reparieren. Menschen brauchen Fahrstühle, um in die oberen Etagen hoher Gebäude zu kommen. Wenn jemand in einen Fahrstuhl tritt und einen Knopf drückt, startet der elektrische Motor des Fahrstuhls. Er zieht am Kabel, das an der Fahrstuhlkabine befestigt ist und der Fahrstuhl fährt zur gewünschten Etage. Das Kabel hängt über einem Rad und es hat normalerweise ein schweres Gegengewicht am anderen Ende hängen. Dieses Gegengewicht gleicht den Fahrstuhl aus und hilft dem Motor, seine Aufgabe zu erledigen. Hm, ich frage mich, was der Grund ist. Ich glaube, ich sehe da drüben etwas, was feststeckt. Ah, sieht so aus, als hätten wir den Grund. Wir müssen es sofort reparieren, sonst kommen wir nie rechtzeitig zum Zirkus. Wisst ihr, wir machen unseren eigenen Zirkus. Meine Damen und Herren, möge die große Fixi-Show beginnen. Und nun sehen Sie unsere Hochseiltänzerin. Oh je, sieh nicht runter. Also schließe ich jetzt die Augen und sehe nirgendwohin. Jetzt präsentiere ich den fantastischen Trapezkünstler. Hopp, hoppla. Hey, hopp, hopp. Ja, hoppla. Die nächste Nummer, die Kraftmenschen. Ich weiß, was zu tun ist. Mit der todesdrossenden nächsten Nummer. Schaut alle hoch. Mafia, wohin gehst du denn? Hoch zum elektrischen Motor. Wisst ihr, wie man sich auf die richtige Weise in einem Fahrstuhl verhält? Erstens sollten kleine Kinder nie alleine in einen Fahrstuhl steigen. Sie sollten nur mit ihren Eltern gehen oder anderen Erwachsenen, die sie gut kennen. Der Erwachsenen sollte immer zuerst in den Fahrstuhl steigen und dann erst das Kind. Steigt man wieder aus, ist es andersrum. Erst das Kind und dann der Erwachsene. Geht man mit einem Hund in den Fahrstuhl, muss man aufpassen, dass sein Schwanz oder die Leine nicht stecken bleiben, damit sie nicht in der Tür hängen bleiben. Und noch etwas. Sollte der Fahrstuhl plötzlich stehen bleiben, aus irgendeinem Grund, versucht nicht, selbstständig herauszukommen. Drückt den Knopf, der das Notfallzentrum anruft und wartet auf die Hilfe der Fahrstuhlreparatur. Oder auf die Fixies. Habe den Motor erreicht! Schalt ihn an! Oh, sie haben ihn repariert. So schnell. Jetzt schaffen wir es. Es gab keinen Grund zur Sorge. Stopp! Das ist viel zu hoch. Sonst haben es geht zum Zirkus. Ohne uns. Kein Grund, sich aufzuregen, Nolik. Unser Zirkus war genauso gut wie Ihrer. Stimmt's, Papus? Selbstverständlich! Danke! Danke? Äh, wem danken? Was meinst du, wem? Na, der Fahrstuhlreparatur. Der Babymonitor. Oh, mein alter Babymonitor. An. Test, Test, Test. Eins, zwei, drei, Test. Test, Test. Es funktioniert. Hm, warum geben wir nicht einfach Familie Müller? Die haben doch gerade ein Baby bekommen. Äh, äh, der gehört mir. Und ich will ihn auch benutzen. Bist du nicht schon zu groß dafür? Nein, ich bin gar nicht groß. Ach so? Ich wusste nicht, dass du noch ein kleiner Junge bist. Und ein Habgieriger noch dazu. Das merken die im Leben nicht. Hey Fixies, seid ihr da? Da sind wir! Warum hast du uns gerufen? Ich werde euch zeigen, wie man Gedanken lesen kann. Ich weiß nicht, ob ich dir das abnehmen kann. Okay, soll ich's beweisen? Ich werde rausgehen und ihr versteckt diesen Knopf, wo immer ihr wollt. Dann werde ich reinkommen und ihn finden. Abgemacht! Wo wäre ein gutes Versteck? Also, wir müssen uns eins überlegen. Äh, genau hier, unter der Tastatur. Spitze! Sehr gut, Nolik. Komm jetzt rein! Wir sind schon bereit! Und jetzt werde ich eure Gedanken lesen. Passt mal auf. Hm. Der Knopf ist... Hier! Tada! Er kann wirklich Gedanken lesen. Ah, das war doch bloß Glück. Lass es uns doch mal probieren. Alles klar, kein Problem. Wir müssen einfach raffinierter sein. Werder! Sie ist das schönste Mädchen unserer Klasse. Sie weiß es auch und scheut sich nicht, das auszunutzen. Sie kann sogar ein bisschen hinterhältig sein. Wenn sie zum Beispiel Hilfe bei den Hausaufgaben braucht, dann wird Ziffer plötzlich ihr bester Freund. Und wenn sie zu faul ist, ihren Pakomat zu tragen, sagt sie, Feuer, bitte hilf mir, du bist so ein starker Fixie. Und wir Jungs, wir mögen sie trotzdem. Ziffer und Nolik und ich wohl auch. Obwohl ich Simka lieber mag. Oder Werder. Oder doch beide. Ich hab mich noch nicht entschieden. Werder kann zickig und manchmal herrisch sein. Aber eines weiß ich mit Sicherheit. Werder ist eine gute Freundin, die einem immer hilft. Naja, aber nur wenn sie schafft, sich vom Spiegel loszureißen. Ich finde, dass wir ihn in diesem leichtes Becher verstecken sollten. Und dann denken wir an etwas anderes. Hm, das ist gut. Wird aber nicht klappen, Fixies. Komm jetzt rein. Aha. Hihihi. Hm. Aha. Hier ist er. Tibisch. Simka, hast du etwa an den Becher gedacht? Nein, ich schwör's. Und mein Hirn war leer. Wer war's dann, hä? Hm. Aha. Komm, Thomas, vielleicht machen wir's nochmal. So oft ihr wollt. Shh. Ich weiß, wie er's die ganze Zeit gemacht hat. Mit nem Babymonitor. Durch ihn hört er alles, was wir reden. Ich versteh's nicht. Ein Babymonitor hilft Eltern, über ihre Babys zu wachen. Das System besteht aus zwei Geräten, die wie Handys aussehen. Eines der Geräte behalten die Eltern bei sich. Und das andere wird in das Zimmer getan, in dem das Baby schläft. Wenn das Baby aufwacht und zu weinen beginnt, dann erkennt das Gerät im Babyzimmer die Klänge und sendet sie per Radiowellen an das Gerät der Eltern. Mama oder Papa werden es hören und können so zum Baby gehen und es beruhigen. Dann beleuchtet er uns in diesem Moment also gerade. Shh. Dieses Mal weiß ich, was wir machen müssen. Wir verstecken ihn unter dem Klobus. Such mal. Aha. Aha. Hä? Wo ist der? Könntest du Gedanken lesen? Würdest du ihn ganz einfach unterm Babymonitor finden? Das war ein Trick. Das ist aber nicht nett. Und uns zu belauschen, ist das etwa fair? Tut mir leid, ich dachte, das wäre witzig. Naja, trotzdem, Tom Thomas, du bist zu alt für dieses Ding. Es sei denn, du brauchst es vielleicht noch. Ich bin kein Baby. Ich wollte ihn, wisst ihr, nur ausprobieren. Ich werde ihn meiner Mutter geben. Mama, ich will nicht habgierig sein. Was meinst du? Lass uns den Monitor den Müllers geben. Und dieses Auto ist für ihr kleines Baby. Hm, ich glaube, dass es noch viel zu klein ist für dein Auto. Macht nichts. Bald wird er größer werden und ein echter Junge sein. Stimmt's? Wie ich. Wo ist der Professor? Habt ihr ihn gesehen? Noch nicht. Seltsam. Er wollte doch heute einige Tests mit uns durchführen. Großfix, guck hier unter dem Glas. Da ist eine Notiz. Hm. Liebe Freunde. Dann ist die ja für uns. Klar, denn Professor Eugenius kann immer auf uns bauen. Ich bin nämlich auf eine Konferenz gefahren. Was sollen wir denn tun? Wirft während meiner Abwesenheit bitte ein Auge auf meine Tests. Da wäre die Armbanduhr. Und wo ist sie? Na gleich hier. Schaut, warum ist die Uhr denn im Wasser? Damit die Fischer wissen, wie viel Uhr es ist, Nolik, sei nicht albern. Das ist der Test für die Armbanduhr. Siehst du? Da steht. Wasserfest. Genau da auf der Rückseite. Das heißt, dass kein Wasser in sie rein kann. Ich verstehe. So prüft der Professor, ob sie auch unter Wasser funktioniert. Verstehst du? Ah, jawohl. Verstanden. Die Uhr funktioniert. Und jetzt der Türklingeltest. Wir schauen nach. Der ist da vorn. Was macht denn das Ding? Dieser Apparat testet die Haltbarkeit der Türklingel. Um die Qualität von Anwendungen, Spielzeugen, Sportgeräten und anderen Dingen zu untersuchen, müssen sie wichtigen Tests unterzogen werden. Nehmt zum Beispiel Handys. Die werden sowohl mit Hitze als auch mit Kälte getestet. Denn sie müssen an heißen Orten wie Afrika und an kalten Orten wie der Arktis funktionieren. An Computern werden Vibrations- und Erschütterungstests durchgeführt, damit sichergestellt wird, dass man sie auch außerhalb des Hauses und während der Fahrt benutzen kann. Verschiedene Produkte müssen unterschiedliche Haltbarkeitstests bestehen. Zum Beispiel werden Sportschuhe und Autoreifen zum wiederholten Male gerieben und gequatscht, um zu sehen, wie lange sie halten. Ja, Tests sind sehr wichtig. Ohne Tests könnte euch eine Maschine im ungünstigsten Moment im Stich lassen. Wenn einmal die Woche Gäste zu Besuch kämen und ein Raudi einmal im Monat käme und einen Klingelstreich machen würde, dann würde diese Türklingel etwa 400 Jahre halten. Das ist lang. Die Türklingel funktioniert noch. Das ist sehr gut. Jetzt, äh... Was? Ich weiß nicht. Da steht auch etwas auf der anderen Seite. Wir müssen... Ah! Das Glas hochheben. Hopp! 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 Äh? Ich kriege es nicht zu fassen. Wir benötigen einen Saugnapf. Ein Saugnapf? Saugnapf werden aus Gummi oder anderen elastischen Materialien hergestellt. Wenn ein Saugnapf gegen eine glatte Fläche gepresst wird, wird die in ihm enthaltene Luft verdrängt. Da die Außenluft wieder herein will, drückt sie den Napf herunter. Der Gummirand des Napfes lässt nicht so das Luft hinein gelangt, also übt die Außenluft stetig Druck aus. Dadurch bleibt der Saugnapf kleben. Dieser Vorgang wird möglich gemacht durch die Kraft der Luft. Warte eine Minute. Ich weiß, wo es einen großen Saugnapf gibt. Den nehmen wir. Das ist ein riesiger Saugnapf, Nolik. Tidisch, tidisch, tidisch. Wunderbar, Nolik. Wir müssen uns beeilen, bevor Luft unter den Saugnapf gerät und er sich dann löst. Mein Saugnapf löst sich niemals. Naja, lasst uns sehen, was hier steht. Simka, du solltest dich beeilen. Es fällt auch sicher, dass im Labor nichts kaputt geht, während ich weg bin. Hm, was könnte denn hier schon kaputt gehen? Die Glasplatte, Vorsicht! Tja, da haben wir den Salat. Und wer wird jetzt alle diese Scherben aufräumen? Ha, was meinst du wohl? Nolik, der Saugnapf war ja wohl seine Idee. Nein, Simka, sie hat nur zu langsam gelesen. Hört mal, das ist alles meine Schuld. Weil der Saugnapf ja meine Idee war. Ich muss aufräumen. Jetzt komm schon, Großfix. Wir machen das schon sauber. Professor, der Saugnapf hat trotz allem eine Prima-Idee. Das Labor. Großfix braucht Hilfe. Komm mit zur Schule, sofort! Was hat er gesagt? Dass wir zur Schule hin sollen. Weshalb? Weißt du warum? Keine Ahnung. Und du? Vielleicht hat Simka eine schlechte Note bekommen. Ich frage mich, ob Nolik Ärger gemacht hat. Ich mache mir jetzt schon große Sorgen. La 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 la. Mhh, toller Haarschnitt! Sieben? Acht? Hallo Hallo Werder, wo ist Großfix? Ich bin nicht sicher, aber geht doch mal in den Chemiebereich und schaut dort nach Im Chemiebereich? Äh, sag mal, hat unser Nolik heute was angestellt? Nolik? Der macht doch immer nur Quatsch Ah, wir sind also nicht wegen Nolik hier Vielleicht ist ihm etwas Schlimmes passiert Ja, was denn? Es kann alles möglich sein, dies ist nicht nur eine Fixie Schule Es ist ein richtiges Labor In dem Labor, in dem Professor Eugenius arbeitet, ist immer Hochbetrieb In der Abteilung für Mechanik testet und kreiert Professor Eugenius verschiedene Apparate und Mechanismen Um zu sehen, wie gut sie funktionieren In der Chemieabteilung führt er Experimente mit Nahrung und deren Qualitätszuständen durch In der Elektroabteilung repariert er elektronische Geräte und prüft ihre Sicherheit Der Professor kann öfters sehr zerstreut sein Und deswegen kann es bei ihm mal blubbern, knistern und sogar explodieren Masia Liebes, mach dir im Moment keine Sorgen Wie soll ich mir keine machen? Ziffer, hast du vielleicht Nolik gesehen? Weißt du, ob ihm irgendwas passiert ist? Wir befinden uns in einem Labor Hier kann alles Mögliche passieren Oh Gott, was meinst du damit? So was halt, ihr seht's ja, so läuft das hier Und wo? Komm mit, schnell! Masia, mach keine Panik Spule! Oh, wo soll das hier da sein? Ihr müsst uns bitte helfen Was ist denn passiert? Oh, ah, da! Oh, wo wir? Großfix! Was? Wo? In der Mechanikabteilung dort! Und Simka und Nolik? Auch! Die sind auch da! Oh, meine Kinder! Bleibt bloß ruhig! Oh! Oh! Masia ist meine Frau Und die Mutter unserer Kinder Simka und Nolik Masia ist eine Schönheit Eine gütige Seele Und eine wunderbare Hausfrau noch dazu Sie ist auch sehr verantwortungsbewusst Und ein äußerst begabter Fixie Von Küchengeräten und Apparaten Hat sie viel mehr Ahnung als ich Masia arbeitet von morgens bis abends Sie repariert Dinge Kümmert sich um die Wäsche Und macht sauber Denn sie hat Ordnung und Sauberkeit sehr gerne Das Wichtigste für Masia Sind allerdings ihre lieben Kinder Sie kümmert sich liebevoll um sie Und versucht sie vor Unheil zu beschützen Manchmal steigert sie sich in absurde Sorgen Und Vorstellungen hinein Aus Angst, dass ihnen etwas geschehen könnte Obwohl unser Nolik manchmal in solche Schwierigkeiten gerät Dass nicht einmal Masia davon träumen könnte Nolik! Halt dich fest! Wir werden dich retten! Du lebst! Was ist denn los? Ich muss doch gar nicht gerettet werden Dann ist Simka diejenige Nicht du? Ich muss auch nicht gerettet werden Mir geht's gut Und weshalb macht ihr euch denn solche Sorgen? Alle sind am Leben Also warum hast du uns hergeholt? Ich brauche eure Hilfe wegen eines kleinen Unfalls Nolik, bist du schuld daran? Oh nein, der ist unschuldig Im Gegenteil Er hilft mir bei der Reparatur Papus, wir brauchen deine Hilfe Sonst schaffen wir es nicht, das Teil wieder einzusetzen Dieses? Dieses? Oh, eine perfekte Reparatur War das der einzige Grund, weshalb wir herkommen sollten? Nun ja, ich brauchte eure sofortige Hilfe, deswegen habe ich nach euch geschickt Aber Feuer hat... Wieso Feuer? Wieso war es immer Feuer? Wieso musstest du uns so erschrecken? Ich hab euch doch nicht erschreckt Das wart ihr ganz von alleine Der Airbag Wir verspäten uns Das schaffen wir Oh wow Hey, nicht so schnell Mach mal Platz für die Rennmaschine Sieh mal an, Feuer Musst du wieder rasen? Superpiloten wie ich haben immer Glück Weißt du Feuer, auf Glück zu bauen ist sehr dumm Es wäre viel besser, wenn du mehr Acht geben würdest Eigentlich möchte uns Professor Eugenius heute etwas Besonderes zeigen Er wird einen Airbag testen Äh, was ist das? Tifa, erkläre es Jeder, der im Auto mitfährt, muss einen Sitzgurt anschnallen Denn falls der Wagen schnell stoppen muss, wird ihn der Gurt im Sitz halten Es gibt jedoch auch Situationen, in denen nicht mal ein Gurt genügend Sicherheit bietet Wie wenn ein schnellfahrendes Auto mit etwas zusammenstößt In diesem Falle können der Fahrer und die Passagiere durch ein Airbag geschützt werden Man kann die Airbags, wenn sie zusammengefallt sind, nicht sehen, denn sie sind verbaut Im Falle eines Aufpralls bläht sich der Airbag sofort auf Und die Person prallt auf den Airbag, anstatt durch die Windschutzscheibe geschleunert zu werden Und auf geht's Wie üblich, wenn etwas Gefährliches getestet werden muss, probiert es Professor Eugenius erst selbst aus Aber Großfix, was ist, wenn sich der Airbag mit Luft aufbläht? Macht ihr mal keine Sorgen Auf drei und zwei und eins Der Airbag hat sich sofort aufgebläht, habt ihr's gemerkt? Ja, aber wie macht er das? In ihm ist eine chemische Substanz, die im Moment des Aufpralls schnell verbrennt Und sich anschließend sofort in ein Gas verwandelt Der Airbag wird mit Gas gefüllt Hab ich das gut erklärt, Professor? Ich kann die Freigabe hebelisch bezüglich Wir müssen ihn rausziehen Halt! Wir rufen besser um Hilfe Gut Professor, brauchen Sie Hilfe? Danke, Elisa Bitte entschuldigen Sie die Störung Sie können wieder gehen Professor, wie konnten Sie den Knopf von dort aus nur betätigen? Äh, das habe ich im Fliegen geschafft Sie sind so unglaublich Um kleine Kinder während der Fahrt im Auto zu schützen Müssen sie in einen speziellen Kindersitz geschnallt werden Beim Fahrradfahren müssen Kinder besonders aufpassen Auch beim Skateboarden, Rollerskating oder mit dem Roller Erstens Bleibt fern von Straßen, auf denen Autos fahren Zweitens Tragt immer eure Schutzausrüstung für eure Arme und Beine Armgelenkschützer, Handschuhe und Knieschützer Und für euren Kopf tragt einen Helm So werdet ihr, falls ihr hinfallen, solltet euch nicht verletzen Und drittens Sorgt dafür, dass Leute euch sehen können Falls ihr am Abend draußen seid Müssen eure Kleider und Räder Sicherheitsreflektoren haben Sie sorgen dafür, dass Fahrer euch sehen können Indem sie von den Scheinwerfern der Autos grell reflektiert werden Denkt dran, seid vorsichtig auf der Straße Also gut, nun drück die Daumen, dass es klappt Sollten wir dich Delisa rufen? Für alle Fälle, lass uns abwarten Auf geht's und los! Groß Fix, wir müssen ihn retten Nicht nötig Ich hab was geändert Jetzt bläht sich der Airbag nicht nur automatisch auf Sondern er entleert sich auch von selbst Herrlich Wie ihr Fixies sagt Timmisch Das wär's für heute, Kinder Hurra! Los, kommt! Wo ist mein Fixie-Board? Ich hab dein Fixie-Board-Feuer Bitte sehr Ich hab einen Airbag mit eingebaut Wirklich? Wieso? Ich bin doch ein Superpilot Sehen Sie? Deswegen hab ich's getan Superpiloten brauchen keine Airbags Wir fallen nie Niemals Oh wow, dieser Airbag ist echt cool Das ist wirklich ein sehr originelles Design Den hab ich selbst erfunden Und Feuer war der Test da Professor, bekommt jetzt jeder von uns einen Airbag? Jeder einzelne Bekommt einen Sehr bald Und trotzdem gilt Vorsicht ist besser als Nachricht Das Grammophon Und das ist ein Foto von meiner Mama, als sie noch klein war Da war sie glücklich, oder? Alle Eltern waren froh, als sie noch Kinder waren Und dann werden sie groß Und werden trostlos und super langweilig Oh, was glaubt ihr ist das? Ein Lied über eine Schraube? Was für ein Quatsch ist das? Quatsch? Es geht um eine Schraube Also geht es praktisch um Fixies Hören wir rein und finden es raus Wenn es gut ist, können wir dazu tanzen Wie hört man sich dieses Ding an? So etwa? Vielleicht brauchen wir einen CD-Player Die passt hier nicht rein Guckt Hier steht Schallplatte Seht ihr? Also brauchen wir einen Schallplattenspieler Einen was? Gehen wir zu Großfix Großfix, wir haben ein Lied über eine Schraube gefunden Wir suchen einen Plattenspieler Für eine echte Schallplatte Ah, ich verstehe Was ihr braucht ist ein Grammophon Ein Grammophon ist ein altes Gerät Das dafür da ist, Töne abzuspielen Die auf einer Platte aufgenommen wurden Wenn man ein Grammophon anschalten will Muss man an der Kurbel drehen Um die Federung aufzuziehen Durch die Federung dreht sich die Platte Dann wird eine Nadel auf die Platte gesetzt Und während sie sich auf den Rillen der Platte bewegt Wackelt sie etwas Mithilfe einer Membran Von einer Art Mini-Trommelfell werden diese Vibrationen im Klang umgewandelt Das große Horn des Grammophons macht den Klang lauter Und wir hören eine Stimme oder Musik Das Erstaunlichste daran ist, dass ein Grammophon keinen elektrischen Motor hat Oder Strom braucht Richtig Man braucht keinen Strom, um Musik auf einem Grammophon abzuspielen Die auf einer Schallplatte aufgenommen wurde Ein Grammophon ist ein vollständig mechanisches Wunder Übrigens, Tomtoms Vater hat ein altes Grammophon in seinem Büro Auf dem Tisch Toll, kommt mit Danke, wäre nett Wo ist der Knopf zum Anschalten? Es gibt keinen Anschaltknopf Du musst diesen Hebel drehen Jetzt musst du dieses Teil auf die Schallplatte legen Hm, es klappt nicht Oh, da fehlt eine Nadel Wo kriegen wir eine her? Wir machen eine Hast du zufällig einen Nagel da? Ist der gut? Der ist perfekt Werder, bist du bereit? Aber klar Macht die Augen jetzt zu Flüsch! 1, 2, 1, 3, 4, eine Schraube ging spazieren Ohne sie hinterher Funktioniert rein gar nichts Cool! Denkst du Schrauben sind nicht wichtig Schrauben gehen aus und du wirst sehen Ohne Schrauben wird die Welt ganz einfach auseinander gehen Denkst du Schrauben sind nicht wichtig Die Raube war gerade fleißig Da macht es plötzlich Boom Und unser kleiner Riese Der fiel ganz einfach um 1, 2, 2, 3 und 4 Eine Schraube ging spazieren Ohne sie hinterher Funktioniert rein gar nichts mehr Denkst du Schrauben sind nicht wichtig Schraub sie raus und du wirst sehen Ohne Schrauben wird die Welt ganz einfach auseinander gehen Denkst du, Schrauben sind nicht wichtig, Schraub gehen aus und du wirst lehnen Ohne Schrauben wird die Welt ganz einfach auseinander gehen Tom Thomas, was hörst du da für Musik? Ich höre eine Schallplatte Mit dem Grammophon? Ich dachte, das ist kaputt Wir haben es, äh, ich meine, ich hab's repariert Wirklich? So ein wundervoller Junge Andere Kinder machen Dinge kaputt, du reparierst sie Was meinst du, hören wir die Platte nochmal? Als ich ein Kind war, hab ich die so geliebt Der Kahn war bei der Arbeit, da gab es einen Knall Und unser großer Hieser, der Kahn jetzt nicht zu voll Eins und zwei und drei und vier, eine Schraube ging spazieren Ohne sie, hinterher, funktioniert ein gar nix mehr Denkst du, Schrauben sind nicht wichtig, Schraub ziehen aus und du wirst lehnen Ohne Schrauben wird die Welt ganz einfach auseinander gehen Denkst du, Schrauben sind nicht wichtig, Schraub ziehen aus und du wirst lehnen Ohne Schrauben wird die Welt ganz einfach auseinander gehen Tom Thomas' Mama tanzt wirklich super Ja, sie weiß, wie man Spaß hat, obwohl sie ein Erwachsen ist Das Schattenspiel Oh, hallo Tom Thomas, was machst du hier? Ach, ich suche die Büroklammer Gib mir etwas Licht Was ist so lustig, hm? Wir versuchen dir zu helfen Ihr habt lustige Schatten, deswegen Hey, seht euch das an Es ist ein Adler Simka ist eine Gans Sie sieht eher aus wie ein Elch Stimmt, wirklich, hm? Na gut, pass auf Ihr seid ja wie Schauspieler aus einem Stück Aha Schauspieler sind im Theater, weißt du Und wir unterm Bett Na und? Und was, wenn wir unser eigenes Theater machen? Ein Theater aus Schatten Cool Tom Thomas, wir brauchen ein Stück Papier Ein großes Ihr könnt ganz einfach euer eigenes Schattentheater machen Als Leinwand kann man ein Stück weißes Papier oder Bettlatten nehmen Dann macht ihr das Licht aus und strahlt eine Schreibtischlampe auf den Bildschirm Um die Schatten zu machen, stellt euch selbst oder eine Schablone zwischen die Lampe und die Leinwand Euer Schatten oder der Schatten eurer Schablonen erwacht zum Leben Aber passt auf, dass das Publikum auf der anderen Seite des Bildschirms sitzt Auf dieser Seite wird das Stück viel faszinierender sein Tom Thomas, Licht Oh wow, Simka Du siehst ja voll aus wie Rotkläppchen Hallo, liebes Enkelkind Hallo, liebe Großmutter Aber Großmutter, was hast du nur für große Augen? Damit ich dich besser sehen kann, mein Liebes Nolik, komm schon, wir proben Die Stimme des Wolfs ist lustig Großmutter, ich habe nie bemerkt, was du für große Zähne hast Damit ich dich besser fressen kann, mein Liebes Jam, 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 jam Lass sie raus, Wolf! Oder ich, äh, oder ich hole sie Selber raus! Haha! Du? Mich aufhalten mit dem kleinen Stock? Hey, das kommt nicht im Märchen vor! Aber im Märchen ist das ein normaler Jäger Und was denkst du, bin ich? Sieh doch selber! Du bist viel zu klein für einen Jäger Gut, dann probt eben ohne mich weiter Nun, dann muss ich wohl den Jäger aus Papier machen Genug, wir machen eine Pause Ich bin echt durstig Sie war so salzig, diese Oma Nolik, sei nicht traurig Der Wolf ist riesig und ich bin so winzig Dann machen wir dich größer Siehst du? Jetzt bist du größer Ja, du hast recht Und wenn wir ganz nach hinten gehen Bin ich sogar noch größer Jetzt weißt du's Je näher du an die Lampe gehst Desto größer wird dein Schatten auf der Leinwand Klasse! Es gibt so viele verschiedene Theaterformen auf der Welt Im dramatischen Theater spricht der Schauspieler den Text des Bühnenautors In der Oper sprechen die Schauspieler ihren Text nicht Sie singen ihn, begleitet von einem Orchester Und hier im Ballett singen oder sprechen die Darsteller gar nicht Hier wird die Geschichte nur durch Tanz erzählt Es gibt auch Theater, in denen die Darsteller Tiere sind In einem Tiertheater kann man Vorstellungen mit Katzen oder Hunden sehen Oder Ziegen und Tauben Und sogar mit Bären und Robben Es gibt auch Theater, wo die Geschichten von Puppen erzählt werden Um ehrlich zu sein, werden die Puppen von Menschen gespielt Ja, es gibt so viele verschiedene Theaterformen Mein Lieblingstheater ist das Schattenspiel Ich denke, es ist das schönste und mysteriöseste Theater von allen Hallo liebe Großmutter Aber Großmutter, was hast du nur für große Augen? Damit ich dich besser sehen kann, mein Liebes Und Großmutter, was hast du nur für große, dicke, scharfe Zähne? Damit ich dich besser auffressen kann, mein Liebes Na warte Aha, Wolf, ich hab dich Der Jäger ist so stark Du bist der Jäger? Wo ist dann dein Gewehr? Wozu brauche ich ein Gewehr? Du bist so winzig, da reicht eine Fliegenklatsche aus Aber ich erledige es lieber so Wie denn? Mit bloßen Händen Ein klasse Move Hurra! Richtig! Wen mochtet ihr am liebsten? Ich mochte die Großmutter Natürlich war Ruthkäppchen die Beste Für mich der Jäger Er war so mächtig und so furchtlos Und für mich die Spezialeffekte Die Werkzeuge Wartet doch Da sind echt coole Sachen Die ich euch zeigen will Oh, sieh mal, jetzt hörst du alle auf einmal Ha, dein Papa wird super wütend sein Wenn er sieht, was du mit seinen Werkzeugen gemacht hast Ich tu sie alle wieder dahin zurück, wo sie waren Aber wo waren sie? Öffne die Box, dann siehst du's Es ist schön, jedes Werkzeug hat seinen eigenen Platz darin Versucht mal, mit euren bloßen Händen Einen Nagel einzuschlagen oder ein Loch zu bohren Aha, das ist unmöglich Aber mit Hilfe der richtigen Werkzeuge ist das ein Kinderspiel Aber das gilt natürlich nur, wenn ihr wisst, wie man sie benutzt Werkzeuge müssen gut gepflegt werden Wenn der Kopf eines Hammers lose ist oder die Spitze eines Bohrers stumpf Sollte man nicht damit arbeiten Das ist gefährlich Und wenn ihr fertig mit der Arbeit seid, räumt die Werkzeuge wieder an ihren Platz Sonst müsst ihr das ganze Haus auf den Kopf stellen, wenn ihr sie wieder braucht Hm, die Zange kommt hierher Und der Schraubenschlüssel hier Dieser Aufsatz passt hier nicht rein Vielleicht passt er hier rein Hm, was meint ihr, wozu ist dieses Werkzeug da? Man spaltet Holz oder meißelt Stein Mit dem Meißel ist der Aufwand klein Ha, wow, Simka, du bist deine echte Dichterin Ha, ha, dann löst mir mal dieses kleine Rätsel Willst du eine Sache messen? Darfst du dieses Werkzeug nicht vergessen Dieses Werkzeug, oder? Ich weiß, was das ist Ist das dein Maßband, richtig? Lass mich dich messen, Nullik Wow, du bist gewachsen Du bist schon fast einen Zentimeter groß Cool Ich habe auch ein reibendes Rätsel für euch Was haut einen Nagel in die Wand? Befestigt Bilder an ihrem Rand Ein Hammer! Ich war Erste Und der Hammer kommt hierhin Und jetzt habe ich ein Rätsel für euch Wollt ihr eine Schraube drehen, wird das nicht ohne dieses Werkzeug gehen Schraubenzieher! Ich war Erste, schon wieder Genau richtig Alles klar, Tom Thomas Wir müssen uns beeilen Wir haben noch viele Werkzeuge einzuräumen Menschen nutzen, genau wie Fixies, hunderte verschiedene Werkzeuge, um ihre Arbeit zu machen Das Richtige zu wählen, heckt von der Aufgabe ab, die ansteht Wenn ihr zum Beispiel einen Nagel einschlagen wollt, braucht ihr einen Hammer Aber einen Hammer braucht man nicht für eine Schraube Dafür gibt es ein spezielles Werkzeug namens Schraubenzieher Einen Schraubenschlüssel braucht man, um Muttern festzuziehen Mit einem Spannstock werden Gegenstände festgehalten Und mit einem Bohrer bohrt man Löcher Wenn man ein Stück Holz abschneiden will, sollte man eine Säge nutzen Man könnte zum Beispiel eine Handsäge nehmen oder eine Eisensäge Verschiedene Zangen können genutzt werden, um etwas abzuknipsen, zugreifen oder umzuknicken Muss man etwas glätten, nimmt man dafür eine Pfeile Wenn ihr lernt, wie man richtig mit Werkzeugen umgeht, könnt ihr praktisch alles bauen Puh, wir haben es echt geschafft, gerade rechtzeitig Oh, und was ist damit? Weißt du, was das für ein Werkzeug ist? Ich weiß nicht Da ist kein Platz hier Schmeiß es einfach weg Kommt schon, und was, wenn das mein Vater sieht? Sieht so aus, als haben wir was falsch gemacht Mein Papa kommt rein Tom Thomas Ich bin hier Na du, liest du was? Braver Junge Ich verstehe nicht, wo es ist Was? Ich hatte ein Stück Metall unter den Fuß des Tisches gelegt, damit er nicht wackelt Jetzt ist es weg Ach, dahin gehört das Werkzeug also Hast du es? Was? Hab ich nicht Es ist bestimmt irgendwo unterm Tisch Du suchst unter dem Sofa Äh, okay Was meinst du, was er will? Wir sollen dieses Metalldings aus der Box seines Vaters holen Komm schon, los! Du sagst es Hast du es? Nein Ich auch nicht Ich hab es gefunden, Papa Es war unter dem Tisch Wie ich es gesagt habe Ha, du hattest recht Komisch, wie konnte ich es übersehen? Vielleicht bist du, äh, müde vom vielen Arbeiten Vielleicht Tidisch Was? Äh, ein neues Wort Tidisch Tidisch? Hm, das Wort klingt wirklich gut Die Biene Tom Thomas Hallo Wieso isst du die Marmelade direkt aus dem Glas? Na, weil sie schmeckt so gut Oh, eine Biene Kusch, geh weg von hier Was hast du denn? Es ist doch nur eine normale Biene Ich bin mal von so einer normalen Biene gestochen worden Äh Tom Thomas, hör damit auf! Weg mit dir, du Plage Fliegen sind eine Plage Bienen sind sehr hilfreich und nützlich Wie kann denn eine Biene hilfreich sein? Bienen sind harte Arbeiter Sie sammeln ständig Nektar von den Blumen Sie fliegen von Blume zu Blume und befördern Pollen auf ihren Bäuchen Dank des Bestäubungsvorgangs erzeugen Blumen Früchte und Samen Auf diese Weise helfen Bienen Pflanzen bei der Fortpflanzung Die Bienen stellen aus dem gesammelten Nektar den allseits beliebten süßen Honig her Und Bienenhonig ist nicht nur lecker, sondern auch nahrhaft Na und, ich hab immer noch Angst Was, wenn sie mich beißt? Bienen beißen übrigens nicht Sie können stichen Spricht dein letztes Gebet Halt! Die Biene hat viel mehr Angst vor dir Du Tyrann! Ja, lass sie in Ruhe, Tyrann! Warum beschimpft ihr mich? Wer hält sie auf? Sie kann wegfliegen, wenn sie will Wir müssen ihr den Weg nach draußen zeigen Aber wie? Hier, kleine Biene Hier entlang Warum probierst du nicht? Was soll ich dann machen? Kaubacke, beweg dich nicht Sonst sticht sie dich Sie will nicht stechen Ihr beide mögt Süßigkeiten Und Marmelade Und die Biene eben auch Warum trägst du Kaubacke nicht zum Fenster hin? Los doch, flieh! Nein, so wird das nichts Du musst noch mehr Marmelade holen Hier, kleine Biene Mh, lecker Los, flieg doch Du bist frei Lass sie erst essen Hab doch Geduld Ich hab ja Geduld Wenn sie isst Kann sie aus der Marmelade Honig machen Vor langer Zeit konnten die Leute Honig nur sammeln Indem sie die Nester der wilden Bienen verwüsteten Und das ging so lange, bis jemand auf die Idee kam Diese Insekten zu zähmen Sie begannen erstmal damit Den Bienen genug Honig zum Überwintern zu überlassen Man hütete die Bienen in diesen Hohlräumen Bis die Leute es lernten Kleine Häuser für sie zu bauen Die Bienenstöcke genannt werden Eine kleine Stadt mit solchen Häusern wird Imkerei genannt Bienen leben und arbeiten zusammen in den Bienenstöcken und machen Honig Während die Imker auf sie aufpassen und den Honig einsammeln Bienen sind echte Teamspieler Sie sagen sich gegenseitig, wo die besten Pflanzen wachsen Wisst ihr, wie sie's machen? Eine der Bienen führt einen Tanz auf, während die anderen zuschauen Auf diese Weise finden sie heraus, wo sie hinfliegen müssen Armes Ding Tom Thomas hat dich müde gemacht Du brauchst echt keine Angst vor ihr zu haben, siehst du? Sie ist ganz lieb und gütig Ich hab keine Angst mehr Ich wollte doch nur meine Marmelade essen So, jetzt wird's aber Zeit für dich los zu schwirren Äh, wow, das mag sie wohl nicht Ich will's probieren Äh, äh, Honig, du bist zu klein Fürs Zähmen musst du erst größer werden Wow, 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 ganz ruhig Und jetzt flieg los Hey Simka, das Fenster ist da Ich weiß, das seh ich auch Wie krieg ich dich dazu umzudrehen? Cool, hurra! Haha, sie hört auf mich Juhu! Äh, verpasst das Fenster nicht Jetzt! Bis dann, Honigbiene! Tidisch! Tom Thomas, hast du noch was von der Marmelade? Ja, wofür denn? Gib mal her, wir holen noch mehr Bienen Wieso? Was meinst du mit wieso? Ich will auch auf einer Biede fliegen! Die Antenne! Wow, schaut euch das an, wie cool! Ah, hallo, meine Seelenverwandten Wollt ihr sehen, woran ich gerade arbeite? Professor Eugenius, sagen Sie uns, was Sie mit diesem riesigen Ding vorhaben Ich hoffe, mit diesem fantastischen Gerät Außerirdische zu kontaktieren Seit dem Altertum haben sich Menschen gefragt Gibt es Leben auf anderen Planeten? Wie würden Außerirdische wohl aussehen? In was für Raumschiffen reisen sie umher? Einige Menschen behaupten, außerirdische Raumschiffe gesehen zu haben und dass diese wie fliegende Untertassen aussahen Es gibt sogar Menschen, die sagen, dass sie Kontakt mit Außerirdischen hatten Aber ich persönlich denke eher, dass es ihre Fantasie war Die Wissenschaft konnte diese Fakten bisher auch nicht widerlegen Die witzigste Geschichte, die ich bisher über Außerirdische gehört habe stammt von einem, der meint, sie mit seinen eigenen Augen gesehen zu haben Unglaublich, oder? Er sagte, sie seien kleine menschenähnliche Kreaturen mit leuchtenden Haaren Mir scheint, dass er einige Fixies gesehen hatte die sich nicht rechtzeitig vor ihm verstecken konnten Es ist fertig Über den Wolken Was jetzt? Werden die Außerirdischen diese große Schüssel sehen? Hungrig werden nun zur Erde kommen Die brauchen keine Schüssel, Quatschkopf Die haben Teller, die fliegen Fliegende Untertassen Ihr seid beide Quatschköpfe Das ist doch überhaupt keine Schüssel Das ist eine Antenne Antenne? Mit Hilfe von Antennen empfangen Leute Radiosignale Es gibt sie in verschiedenen Formen und Größen So, so oder so Um schwache Radiosignale zu empfangen werden kraftvolle Antennen eingesetzt die die Form von großen Schüsseln haben Radiowellen, die auf die Schüssel treffen werden dann wie bei einem Spiegel reflektiert und an einem Punkt gebündelt Das macht die Signale stärker und klarer Die kräftigsten Schüsseln können sogar Signale aus dem Tiefen des Weltalls empfangen Nolik, halt! Du wirst dich verbrennen Behandle mich nicht wie ein Baby, okay? Ah, interessant Ich frag mich, was da wohl drin ist Weißt du's? Lass uns doch einfach nachsehen, oder? Ich wollte ihm damit doch nur helfen Nicht nötig, Nolik Der Lötkolben ist viel zu heiß und ich bin praktisch fertig Können wir jetzt endlich die Außerirdischen suchen? Einen Moment, Nolik So Und nun Aufgepasst, Nolik Zimka Mal sehen, ob wir Signale aus dem All empfangen können Was denkst du wohl? Ist es jetzt Nachtmeid in Außerirdischen? Was, wenn sie schlafen? Hör auf, den Professor mit einem Quatsch zu stören Lasst uns sofort raus! Hört ihr uns nicht? Lasst uns raus! Ich befürchte, dass sie uns aus dieser Entfernung wahrscheinlich nicht hören Ich höre keine Signale Ich höre nur Rauschen Nur Geduld, Freunde Hört nur weiter zu Ziffer, du bist doch so intelligent Kannst du uns hier nicht rausbringen? Ich glaube, ich hab's, Spule Bleib du hier Ich werde jetzt ein besonderes Signal senden damit sie wissen, wo wir sind Wartet doch mal Hört ihr das auch? Könnte das ein Signal von Außerirdischen sein? Hurra! Das ist sensationell Das heißt, dass es irgendwo im Kosmos intelligentes Leben gibt Drei Punkte Drei Striche Drei Punkte Ah! Ein Morse-Code! Es ist ein Hilfesignal, das sie senden Sind die Außerirdischen in Schwierigkeiten? Ja, sieht so aus Und woher glauben sie, kennen die den Morse-Code? Ja, seltsam Es gibt nicht mal viele Fixies, die den Code kennen Ziffer schon! Ah, und wo bitte? Steckt der? Und wo ist Spule? Tja nun, ich glaube, ich weiß ganz genau, was für Außerirdische das sind Ich glaube, ich weiß es auch, Professor Holen Sie die Antenne ein Seid gegrüßt, oh Außerirdische Ankömmlinge Hi alle, schön wieder da zu sein Äh Wie schade Ich hatte wirklich gehofft, intelligente Wesen im All zu finden Ist schon okay Zwei Unintelligente sind auch was wert Der Bewegungssensor Dieses Teil muss unbedingt neu ersetzt werden Ich habe eine Idee Wir können zum Lager laufen und es holen Weil es für sie zu umständlich ist Und so konnten sie weiterarbeiten Also gut, merkt euch nur den Code für das Ersatzteil Ah, 8375 Das merke ich mir bestimmt Warum ist die Lisa immer zur falschen Zeit da? Müssen wir denn warten, bis sie weg ist? Ha, wozu? Wir schleichen uns halt raus Ziffer, hast du das Ersatzteil? Ich hab's Sind wir bereit? Ja, alles klar Na, dann los Hm? Ah, Professor Eugenius Sie sind hier Ähm, wissen Sie, warum sich diese Tür selbst öffnet? Und sich selbst schließt? Ha, klar weiß ich das, Elisa Ich habe sie in eine elektronische Tür umgebaut Sehen Sie? Ich habe über ihr einen Bewegungssensor installiert Ein Bewegungssensor ist eine Art elektronisches Auge, das Bewegungen in seiner Nähe wahrnimmt Habt ihr euch je gefragt, weshalb sich Türen in Geschäften oder am Flughafen öffnen? Das tun sie mit Hilfe von Bewegungssensoren Wenn der Sensor sieht, dass sich jemand der Tür nähert Dann sendet ihr ein Signal an den elektronischen Motor der Tür Der Elektromotor öffnet dann die Tür und schließt sie automatisch, nachdem die Person hindurchgegangen ist Dieser Mann ist erstaunlich Nur ein bisschen unordentlich Die Tür ist jetzt automatisch? Wieso hat sie sich denn nicht auch für uns geöffnet? Weil wir zu klein sind für den Bewegungssensor Aber das Ersatzteil ist doch groß genug Groß genug, dass der Sensor es sehen kann Also wie kommen wir da rein? Wir tricksen es aus Wir laufen nah an der Wand entlang Lasst uns so nah wie möglich an der Wand bleiben Diese Tür ist mir ein bisschen zu automatisch Und schon wieder diese Teile Hatte ich die nicht weggelegt? Der Sensor hat uns trotzdem gesehen Wir sollten ihn einfach zerschlagen Warum denn ihn zerschlagen? Wir müssen ihn doch nur lediglich deaktivieren Sensoren sind da, um Menschen in verschiedenen Situationen helfen zu können Bewegungssensoren erkennen beispielsweise Bewegungen Und können dann automatisch eine Tür öffnen oder Licht machen Einige Fahrzeuge sind mit Regensensoren ausgestattet Ehe es regnet oder schneit Betätigt der Sensor automatisch die Scheibenwischer des Autos Es gibt auch Sensoren, die lichtempfindlich sind Wenn es abends dunkelt, können Lichtsensoren eingesetzt werden Um Straßenlampen zu betätigen Und morgens, wenn es dämmert, schaltet sie der Sensor wieder aus Ein Rauchdetektor spürt es, wenn Rauch in einem Raum entsteht Dieser Sensor kann dazu dienen, einen Feueralarm oder ein automatisches Lösssystem zu betätigen Deaktiviert, das sollte genügen Na dann, los jetzt Tittich! Professor Eugenius, Mission erfüllt Gute Arbeit, Fixies Äh, eigentlich nicht so gut Dieses Teil ist A7583 Ich wollte doch A8375 Ziffer, du hast doch gesagt, du merkst dir den Code Hab ich auch Und anschließend wieder vergessen Ah, Ziffer, ich glaub nicht, dass du ihn vergessen hast Na gut, dann gehen wir eben noch einmal los Danke, lass mal gut sein Ich geh selber Ich habe vergessen, ihn zu warnen, dass der Sensor ausgeschaltet ist Und ich befürchte, dass er sicherlich erwartet, dass sich die Tür automatisch öffnen wird Professor Eugenius Oh, kleine Zitrone, warte nur Eines Tages wirst du ein großer, hübscher Baum Guck mal, sie redet mit einem Blumentopf Oh, ihr seid's Jungs Gefällt er euch? Was denn? Mein Selbstling, seht ihr ihn? Er wird ein schöner, großer Baum werden Und da, zwischen den grünen Blättern, werden wunderschöne gelbe Zitronen wachsen Klasse Aus dem Ding? Zitronen? Oh ja Es wird schon ein Baum draus werden Dafür muss er lediglich Energie sammeln Er braucht Energie, woher denn? Von unserer Sonne Der Sonne, die ist doch viel zu lahm Oh, Batterien werden viel schneller als die Sonne Batterien? Das glaube ich eher nicht Spule, weißt du, wie viel Energie die haben? Lass uns ein paar Batterien hier vergraben Und du wirst sehen, wie dein Zitronenbaum in die Höhe stellen wird Bist du ganz sicher? Selbstverständlich Und wo kriegen wir die Batterien her? Da drüben Professor Eugenius hat eine ganze Schachtel voll davon Batterien Ja, die brauchen wir tagtäglich und zwar massenhaft Batterien Geben unseren elektrischen Geräten Kraft Das wär's schon Vor dem Wochenende werden wir die ersten Zitronen sehen Die erste Batterie der Welt wurde in Italien vor mehr als 200 Jahren gemacht Wenn zwei unterschiedliche Arten von Metall in salziges Wasser gelagert wurden Begann Strom aus einem Stück Metall zu dem anderen durch einen Draht zu fließen Viele Jahre sind seitdem vergangen Aber Batterien arbeiten immer noch auf so ziemlich die gleiche Weise Heutzutage kann man Batterien, die für Strom gebraucht werden, überall finden Winzige Batterien werden für Armbanduhren verwendet Während die großen Batterien Autos und sogar Schiffe antreiben können Da Millionen von neuen Batterien produziert werden, stellt sich die folgende Frage Wie werden wir die alten los? Sie können nicht einfach weggeworfen werden Weil sie unsere Erde und Wasser vergiften würden Der beste Weg, um Batterien zu entsorgen ist Sie zu einer speziellen Sammelstation zu bringen Die sie an Fabriken für Recycling sendet Ja, ja Die Idee, Batterien zu vergraben, ist furchtbar Dadurch können Pflanzen, die dort wachsen, sterben Und aus genau diesem Grund legt Professor Eugenius alle gebrauchten Batterien in die Schachtel dort, damit er sie richtig entsorgen kann Hey, wo sind sie hin? Oh mein Setzling, was machen wir nur? Was? Wo sind die Batterien? Sie sind im Blumentopf Wieso? Damit die Zitronen schneller wachsen Mit Batterien? Wessen Schnapsidee war das denn? Das ist tödlich Schnell, wir müssen ihn retten Hm, diese Erde ist verseucht Der Setzling braucht schnell ein neues Zuhause Aber wo? Da drüben, da ist ein Topf mit guter Erde Los geht's! Batterien, Batterien Jede Form und jede Größe kann da möglich sein Batterien, Batterien Können grün und blau und gelb und auch mal rötlich sein Batterien, Batterien Batterien, Batterien Batterien, Batterien Nicht weinen, Spule Dem Setzling wird es sehr gut gehen Er wird groß und stark werden Mit Zweigen voll wunderschöner Zitronen Und auch ein Und Wassermelonen Das ist ein Zitronenbaumfeuer Musst du denn jedes Mal übertreiben Wie mit den Batterien? Naja, trotzdem Batterien sind cool, oder? Schaut nur, wie viele Geräte durch sie arbeiten Richtig, Geräte brauchen sie Seht, der Setzling erwacht wieder zum Leben Er lebt wirklich Spule, sag schon Ist es nicht herrlich? Ah, herrlich Das ist ein Zitronen Am Brooks Helder Cherde